Ups, Entschuldigung. Das tut mir aber fast schon ein bisschen leid. Hallo? Kann der auch steuern? Was soll denn die Scheiß nochmal? Jetzt steuert der nicht nach links hier. Alter, Boot ist scheiße. Boot ist scheiße. Weg damit. Gut, das Westtor. Boah, unter dem Westding hier müssen wir den Eingang finden. Das sieht doch gut aus. Juhu, kämpfen! Ach man, ja, ich muss meine Mission erfüllen. Oh, der sitzt da, der steht da einfach. Na, sind wir ein bisschen tot? Voll easy. Juhu! Jawohl, den ersten habe ich gleich überrascht, den zweiten dicken auch. Oh Gott, das ist so geil gerade hier. Ich lass euch auf den Mauern der Zitadelle pfählen. oder ist das der grund warum ihr nicht gehen wollte ja ich glaube ihr würdet so einen langen ich habe ein elixier aus blei und kanadapfel gebraut sie ist aber richtig geil so musste noch mal neu starten wieder mal dieser leck hier noch ein bisschen rüber oh klingt doch gut zack double kill interagieren öffnen wir das tor naja bin gleich da jawohl da haben wir noch mal ordentlich kohle bekommen oder was macht er von selbst sogar leibwache sichere den rocker die war dino katrina citadelle gelangen und rechts gleichzeitig katerina und matcha 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 heino hier jetzt geht's los jetzt geht's los ist das geil hier alter was glaub ich hat der letzte nehmann habe ich ein zweites arschloch gestochen so wo geht's lang hier klein wenig müssen die mich führen das ist so geil hier von hinten einfach abstechen wenn sie nicht aufpassen das ist so geil wieso bewachen die das da ah ja du atmest noch das stimmt nicht mal wieder hier ein konter reinhauen zack kurz angepiekst hier wo muss ich denn jetzt kann mir das mal einer sagen nein gut ey ey frechheit lass mich da mal durch lass mich da mal durch geil zeich geil ach ue ue überraschungsangriff sooo ich musste eben die aufnahme unterbrechen oder sie wurde unterbrochen spiel ist abgekackt festplatte war voll alles etwas blöde gelaufen So, dann wollen wir mal hier ein paar Leute wieder umbringen Ist jetzt natürlich am Tag danach, meine Festplatte war mal wieder knippeldicke voll Und dazu kam noch, dass, ähm, Alter, schlag mich nicht Dass das Spiel irgendwie auch noch abgestürzt ist und, naja, die Dateien sind glücklicherweise nicht beschädigt Von daher ist das jetzt einfach nochmal von hier aus nochmal das Ganze, hehe, viel Spaß Alter, bleib stehen, ich will dich töten Alter, nicht den, die hier Alter, wie ich die fertig mache, hier, ganz ehrlich Alter, ein so ein Konter, gleich fast das ganze Leben abgezogen Das ist echt heftig, aber gut, ich, ich beschwere mich jetzt nicht, ne Frechheit Fuck, gleich erstmal hier, Kopf halb abgehackt Hups, geh aus dem Weg So Genau, ich glaube beim Pinsler oder beim Heino habe ich schon nachgeguckt Da gibt es keine Bilder mehr für mich zu kaufen Jawohl, die schnelle Wache haben wir auch direkt erledigt Eine zumindest Alter, wie wir den so unterdrücken, förmlich Niederhalten Oh, verdammt Ja Bam So, einer ist noch da Zack Hier gleich, äh, Kombo-Kill-Angriff-Geschichte hier So, ich glaube hier war das so ziemlich Ups, okay, hier lang geht's ORA 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 ist Spanisch für Stunde Ob es dasselbe im Italienischen bedeutet, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln Oh, Kinderspiel, ne Kein Ding, würde ich sagen So, wo lang geht's hier Heinos Ups Ey Achso, falsche Taste Ja, ich sollte natürlich auch die richtige Taste für Rempeln drücken, ne Ach, da hin müssen wir JAHU Yay, ne fette Schlacht Wie geil ist das denn Das freut mich Ach, wer wagt es jetzt noch mich auskontern zu wollen Zack Dafür spalten wir eben erstmal hier den Schädel Oh, in den Brunnen gehauen Ja, Drecksbrunnen, ey Was steht da da auch so Uh, das ist auch immer nice Ja, ich glaube wir sind angekommen Oder? Presto Öffnen sie das Tor? Nein Ein Hinterhalt Na, das lassen wir nicht zu Ja, alles solche Schwächlinge auch noch Die metzele ich einfach so ab Da komme ich nicht mal dazu Die auszukontern Ein Hieb und die sind futsch Oh, Kinderspiel Ach was Willst du abhauen, willst du abhauen Hä, hä, hä Ah Nicht mit mir Nicht mit mir Ich will nochmal das Kurzkampfschwert eigentlich ganz gerne haben Ups, falsche Taste gedrückt Schon wieder falsche Taste gedrückt Aber das ist ganz gut Noch mal ganz kurz gucken Ne, hier gibt es keine Ich weiß gar nicht mehr, wo es hier Ähm, Dings geben soll Also Äh, sprich Aussichtspunkte So, ich nehme mal das Kurzkampfschwert Einfach, weil ich gerade mal Bock drauf habe Und dann ruhig Das lassen wir nicht zu Die metzeln wir nieder Ja Ja, die metzeln wir ab Denk, ne So, nochmal ordentlich Coole, glaube ich, bekommen Und das nehmen wir natürlich an Oh, cool Wenigstens mal hier fordernde Gegner Naja, okay Alter Jawoll Den haben wir Voll erwischt Wo ist der nächste Hier sind doch überall noch welche Da Bam Oh, springt er dazwischen So, alle erledigen Hab ich gehört Munition Ah, cool Geil Nice Warte mal Wenn da Munition aufgefüllt wird Dann kann ich ja Ach, Mann So, mal schauen, ob ich die von hier unten Irgendwie wegsnipen kann Sozusagen Bam Und Leck ist wieder weg Bam Er kann uns nicht weglaufen Hab ich noch Eine Kugel hab ich noch Würde mal sagen Na los Ha, entwaffnet, Junge Scheiße, sowas Was Zack Ah, los Kommt her Ah, verdammt Jawoll Doch noch Gekontert Zack Sehr schön Verteidigung durchbrochen Hier So, wie viele Verbleiben noch gleich Alter, die kann aber auch Nicht schlecht Kleddern Hier Die gute So geht's natürlich auch Ach, verdammt Ah Frechheit Frechheit, dass die mich hier alle auskontern Kein Ding Trotzdem So Dann sprechen wir doch mal mit der Guten Katharina Katharina Sforza Ich weiß, dass du da drin bist Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore Welch schöne Überraschung Geht's einfach so mit der Pistole Bäm Geht's einfach nur mit der Pistole Höre Geht's einfach so mit der Pistole